Jum, hier ist was, Marvin, hier ist was. Ja, ich weiß. Kennst du das nicht? Nein. Warte, dann guck mich an jetzt. Du bist dich verwirrt. Christ, bitch. Kannst du mich killen? Nein, Junge. Okay, jetzt. What the fuck, wo hast du den scheinen Staff? Mach nur einen Strom an. Ja, hier sind Pfeile. What? Jetzt hör. Das ist so geil. Alter. Yo. Auf so einem kleinen Raum so viele. Das fängt gar nicht. Dima, Dima. Was? Okay, ich komme. Warte, warte, dein Gesichtsausdruck. Was denn? Ach so, er soll die Luft angeblich anhalten so. Er macht aber ein Duckface. Ja. Do it. Weee. Ja, da steht. Das ist ein bisschen verhindert, dass er uns nicht angreift. Doch er fickt dich. Wow. Ich hab dich gekillt. Hier gibt es nichts zum trainen, Mann. Yo, ich hab einmal gezockt, kommt der Affe. Wf. Was für ein Affe? Ich bin gestarkt. Wf. Wf. Die Map ist scheiße, Mann. Okay. Fick dich einfach. Was soll das? Scheiß auf ihn jetzt. Ich schwöre, ich geh da nicht hin. Das ist eine High-Round-Taktik. Das ist alles gewolln. Sale. Dima, geh zocken. Sale. Ja, Mann. Duuuhu. Das ist so ein Gebastard. Das sagt er. Wenn jetzt einer von euch die Mark II bekommt. Sein Dima down gang ist, redet er nicht mehr. Oh, shit. Doch. Ich hab geredet, aber ich wurde rausgekickt hier. In meiner Connection. Dima, ich bin down. Ja, wann wollt ihr jetzt Rainbow zocken? Dann komm ich dann wieder. Drei Minuten. Not gonna make it. Okay. Du wickst. Echt ein Teamplayer. Okay, das war mein letzter down. Der ging mega schnell. Ich hab mal gesehen, dass du tot warst. Ja, das ging richtig schnell. Die mach ich mir jetzt auch down. Okay. Dann. Soll ich? Weiß nicht. Ja. Schafft das noch. Glaub ich. Runde 30 Junge. Ja, wir schaffen das. Gib mich auf, dann kann ich... Nein, nein, nein. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Wir sind im Spawn. Wir schaffen das nicht. Echt? Ja, ich versuch's. Der Spawner, der Spawner. Der Spawner. Was? Geh jetzt raus. Du kannst dich doch reviven. Ja, ich revive mich jetzt. Und dann? Weiß ich nicht. Dann sterbe ich. Das ist dein letzter Revive? Ja. Okay. Die laufen aber alle weg. Er hat gesagt recht wohl. Die frisst. Ja, aber ich wusste, dass wenn Dima down geht, dass die Runde dann nicht direkt beendet wird. Ey. Ja, Dima. Dima geht er weg. Was? Der Giant ist doch woanders. Klapp es so. Okay. Na. Oh nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Du Idiot. Du sagst zu mir, ich soll weg. Ich bin voll geteilt. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hey, ich spend 30.000 Punkte. What? Ey. Wie bist du gestorben? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Wo läufst du lang? Ich hab keine Ahnung, wie ich da rausgekommen. Unten. Unten. Geh die Treppe. Oh my god. Oh my god. Und jetzt? Oh, ich bin tot, ich bin tot. Und dann geradeaus. Ich bin tot, Junge. Ich hab gewonnen. Ja. Oh my god. Marvin, revive mich von hier. Oder so. Oh my god, kommen da viele. Oh my god, falsche Waffen. Junge, ich bin gleich wieder down. Schieß. Doch. Oh my god. Oh my god. Ich bin auch mein Hitzer. Du wichst uns. Was machst du hier mit? Scheiß nein. David, revive uns. What the fuck? Revive uns mit diesem Ding geschneit. Wait. Es sind voll viele Zombies hier. Bleibs hier durch. Bleib fliegen. Ihr müsst in meinem Blickfeld sein. Geh doch dahin. Geh doch dahin. Die bleibt über mich. What the fuck? Junge, Junge. What the fuck? Was hast du gemacht? Ich hab voll nicht gezückt, was passiert ist. What the fuck was das? Du musst vor Rückwärtsung gezogen haben. Wir werden nicht sterben. Wir werden nicht sterben. Tobias richtig, Alter. Wir haben alle Steps. Wir müssen jetzt sterben. Wow. Ich bin down gegangen, weil ich das genommen habe. Oh my god. Ich guck. Yo. Ich guck. No. Ich guck. Er macht voll den Kung Fu Move und ich geh einfach down. Scheiße, Jungs. Das ist einfach nur Abfuck. Jo. Mich verarschen. Hä? Ich hab Double Tap. Warte kurz. Wow. Ich hab nicht die Kung Fu Dings. Ich hab Double Tap. Warte, ich stirb die ganze Zeit. Du musst auf die Mitte unten gucken. Jo, Junge. Wir müssen hier weg, Mann. So. Oh. Du verlippigst auch mal wieder. Lass mal hier weggehen. Ja. Nein. Er hat sich gemult. Ich kann nicht. No. 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 Oh my fucking god. Ihr seid solche Fänner. Hey Jungs. Rodde. 21. Schon wieder ihr Wunde-Worfe. Ich hab den Staff of Ice. No. Ich hab den Staff of Wind. Wie hältst du den? Wie hältst du den? Slick with Fire. Wtf? Jo. Kennst du die Weapon noch? Wtf ist das denn? Was ist das? Es funktioniert noch. Was? Warum slidet man darauf so? Geil. Was ist das? Ich hab Wonder Waffe aus Mob of the Dead. Wunder Waffe aus Origins. Wunder Waffe aus Die Rise. Schon wieder. Noch ne Wunder Waffe. Noch ne Wunder Waffe. Gut. Wieder. Oh my god. Ich will die? Nicht. Warum ist die Wunder? Guck dir diese Taktik an. Die kleben alle an der Decke. Jo. Wie schnell geht es vorbei. Oh my god. Schon wieder die Wunder Waffe. Gut. Fucksack Leute. Ich bin tot. Fucksack Leute. Ich bin tot. F**k. Oh my god. Oh my god. Oh. 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 Hier hinten sind viele. Oh nein. Jetzt geh ich auch gleich dran. B ist vorbei. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Lass sie. Lass sie. Egal. Doch. 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 Wir haben es. Jetzt wird deine Seele mit ihnen getauscht oder so. Ja man. Jetzt bin ich Samantha. Jetzt es riecht offen ins Samathas Körper. Jetzt es riecht offen ins Samathas Körper. Jetzt es riecht offen ins Samathas Körper. Ja die haben blaue Augen. Was jetzt? Jetzt müssen wir die Welt kaputt machen ey. Aber mit. Keine Ahnung wie. Aber wir. Hör doch rein Keyblade man. Bin ich doch. Mann. Was mach ich denn jetzt? Hast du das gehört? Bin ich gar nicht. Ja ich hab nur noch einen. Du schaffst das schon. Ich schaff's nicht. Pass auf ein paar. Das sind riesig viele man. Ja warte doch man. Warte warte. Ich. Ich kill alle? Nein. 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 Jetzt hab ich nichts mehr. Irgendeine Ahnung. Es dauert. Nein. Nein. Wenn du willst kannst du den Dashboard. Nein. Ich bin nicht. Nein. 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 Hast du? Ja aber hier liegt es noch. Nein. 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 Digga ich hab. Weißt du was für ein Perk ich bekomm ab Marvin? Ja. Sure. Size aus der Küche. Mate. Woah. Oh mein Gott. Hast du es gesehen Marvin? Ich hab... Oh shit.